Im Sommer tummeln sich viele Menschen im Schwimmbad oder an Seen. Wer einfach nur in Badeklamotten ins Wasser geht, der muss schwimmen, um nicht unterzugehen. Das ist praktisch, wenn man unter Wasser einen Handstand machen will, aber total unpraktisch, wenn man nicht schwimmen kann. Nimmt man nun aber einen Wasserball mit, so schwimmt dieser immer oben. Selbst wenn wir ihn unter Wasser drücken, kommt er wieder hoch. Warum? Die Antwort, weil er leichter ist, ist falsch. Wäre der Wasserball so groß, dass er genauso schwer ist wie ein Achtklässler, würde der Wasserball trotzdem nicht untergehen. Das liegt daran, dass der Wasserball eine andere Dichte hat als ein Mensch. Das hat nichts damit zu tun, dass manche Menschen nicht ganz dicht sind. Die Dichte ist das Verhältnis zwischen der Masse und dem Volumen eines Körpers. Okay, okay, okay. Langsam. Was ist denn eine Masse? Nein, wir befinden uns nicht in der Küche und wollen Kekse backen. Die Masse ist fast dasselbe wie das Gewicht. Auch sie wird in Kilogramm und Co. angegeben, aber sie ist ortsunabhängig. Das bedeutet, es ist völlig egal, ob ihr im All schwebt oder auf der Erde steht oder euch sonst wo im Universum herumtreibt, eure Masse bleibt gleich. Beim Gewicht ist das nicht so. Stellt ihr euch auf der Erde auf eine Waage, zeigt diese ein anderes Gewicht an als auf dem Mond. Weil man in der Physik aber meistens überall vom selben Gewicht ausgeht, benutzt man hier den Begriff Masse. Tja, und das Volumen, das ist die Größe eines Körpers. Bei der Dichte handelt es sich also um das Verhältnis zwischen dem Gewicht, das überall gleich ist, zu der Größe des Wasserballs. Wenn wir uns zwei Wasserbälle nehmen und den einen mit Luft füllen und den anderen mit Erde, dann wundert ihr euch mit Sicherheit nicht, dass der mit Erde gefüllte Ball schwerer ist. Trotzdem sind die Bälle gleich groß. Das Verhältnis von Masse und Volumen ist also unterschiedlich. Werfen wir die beiden Bälle ins Wasser, schwimmt der luftige Wasserball oben und der andere geht unter. Das Wasser selbst hat nämlich eine Dichte von einem Gramm pro Kubikzentimeter. Jeder Körper, dessen Dichte geringer ist, schwimmt. Die anderen gehen unter. Ganz egal, wie sehr wir uns anstrengen, der luftige Wasserball taucht immer wieder auf, solange seine Dichte geringer ist als die des Wassers. Okay, es kommt also auf die Dichte an. Das bedeutet, ein Mensch ist im Vergleich zu seiner Größe schwer. Da bringen auch die Erden nichts, denn dann schrumpft nicht nur die Masse, sondern auch das Volumen. Wir müssen also mithelfen, um nicht unterzugehen. Es sei denn, wir sind in sehr salzhaltigem Wasser. Das Tote Meer zum Beispiel hat einen Salzgehalt von etwa 30%. Das Wasser dort ist also schwerer als das im Schwimmbad. Sein Volumen ist jedoch dasselbe. Das bedeutet, dass die Dichte größer ist. So groß, dass wir oben schwimmen können, ohne mithelfen zu müssen, denn unsere Dichte ist geringer. Bingo! Wenn wir also jede Menge Salz ins Schwimmbecken kippen, dann können wir auf Schwimmflügel und Co. verzichten und der Bademeister kann seine Pommes würzen. Aber vermutlich haben wir dann Hausverbote im Schwimmbad. Ah, blödes Spiel. Bingo! Bingo! Vielen Dank.